Hey und Willkommen zu einer und unter Overwatch. Lass deine Bewertung da und viel Spaß. Yeah, endlich ein neues Video, juhu. Ach ja, ich bin erkältet. Ich wollte eigentlich mehr Videos machen, nur, naja, da meinte mir der Körper so, ja, du hast jetzt so erkältet. Ich will hier nicht drin. Nein, okay. Aua. Toll, Widowmaker. Ähm, ja, das ist halt der einzige Grund, warum ich in letzter Zeit keine Videos mache und jetzt gibt's glaube ich ein Overwatch-Video einfach aus dem Grund, dass... Oh, okay, ich hab's erwischt. Einfach aus dem Grund, dass es einfach ist, Overwatch aufzunehmen, finde ich, als Paradis. Und ich hätte zu, hab's so vorgenommen. Ich hätte ein Leben mir sparen können. Nein. Jedenfalls, ich hab' noch Lust auf Doomfest und das Deathmatch von dem her. Und da ich eh, ähm, die Lootboxen möchte... Wie siehst du grad' ganz gut an. Also... Okay. Ja, ich hab' was. Ich hab' gleich viele Kills wie die Diva. Uhuhu. Wie kann das sein? Ich bin Doomfist. Ne. Ach, verdammt. Wieso? Ach, nein. Schalt' ein. Danke. Uhuhu. Ich hab' viel zu wenig Leben, ich brauch' mehr Leben. Wo sind die Halfpacks? Also große. Ich wusste. Ich wusste's doch. Aua. Ich bin doch sogar extra hoch gehöft. Nein. Aber ich bin Platz zwei und das hätte ich jetzt nicht erwartet. Davor hab' ich mit anderen gespielt und das war ziemlich doof. Ähm. Das wird halt auch treffen. Okay, wie hab' ich sie nicht erwischt? Nein, Diva. Aua. Ich bin Platz vier. Das sieht ja doch schon eher danach aus. Aus dem Grund, dass ich Doomfist spiele. Ach. Ähm. Ne. Guck dann. Nein, danke. Ich möchte nicht explodieren. Ja, tschüss. Genji. Das nicht zum Medipack hin. Ja, und jetzt. Die, weil du kannst es nicht blocken. Ich hab' mit Absicht verfehlt, dass du dich besser fühlst. Ja. Ähm. Ich wollte doch irgendwas ansprechen. Also. Ich versuch dann jetzt einfach ein paar Videos zu machen. Je nachdem, wie gut es mir halt geht. Ich hoffe, dass es halt ganz schön wieder vorbei ist. Weil. Ich schätze mal, man hört sogar, dass ich erkältet bin. Okay. Ist schon. Und. So. Ansonsten. Wie findet ihr es so? Oh. Komm her. Ähm. Ich suche am besten jetzt den Medipack und ein paar Gena, die ich an die Wand hau. Ich kann nicht jetzt sprengen sollen. Ich wusste es. Ich wusste es. Und dann genau in dem Moment kam so der Tracer von hinten. Ich fange gerade erst an. Okay. Du fang gerade erst an. Wirklich gut zu wissen. Oh. Schön, dass du das getötet hast. Hattest du dich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. So. Jetzt höre ich mir das Medipack hier. Kann man das canceln? Ach, mit dem Linksklick glaube ich. Ich mache es einfach so. Ja. Doppelkill. Dreifachkill. Lass mich noch jemand töten. Komm schon. Komm schon. Nein. Verdammt. Wieso nicht Genji? Wollte ihn eigentlich gegen die Wand hauen. Aber ich meine. Wenn er mich in Ruhe lässt, ist es auch noch. Ja, ich habe das Medipack geklaut. Und jetzt habe ich irgendwas gegen irgendwas. Ich weiß nicht was passiert. Ich höre lieber ab. Und ich bin tot. Yay. Und ich führe immer noch. Wie kann das sein? Nein. Naja. Ich sollte jetzt hier ein paar G da zum Mond hinten finden. So. Die sind doch irgendwo hier hinten, oder? Nein, Tracer. Ich möchte nicht. Ja, wir sind tot. Ach, Mann. Ähm. Mr. Genji führt jetzt schon zweck jetzt mehr als ich. Soll ich dort hintergehen? Okay. Ich finde es schön, wie die, die mich da noch getaunt hat. Mit dem Selbstschuld. Ja, dem stimme ich zu. Ich wollte eigentlich nicht. Ach, Mann. Ähm. Bitte kein Drache in mir. Okay. Ah, nein. Ich habe ihn nicht erwischt. Machen wir es einfach so. Hier ist doch sicherlich irgendjemand. Ja, wieder Doppelkill. Nein, Tracer. Ich wollte dich doch erwischen. Ich habe schon irgendwas. Irgendwas klaff ich doch hier. Bitte. Nein. Wie lebt die Tracer noch? Äh, die Diva noch. Wieso treffe ich nicht so, wenn man eine Dumpf ist? Komm schon. Das kannst du doch besser. Ähm. Das ist unvorteilhaft. Okay. Wie dort einfach immer weite Gegner reingekommen sind, der Genji wie alle Last Hits bekommen hat. Das steht gerade eben in diesem Raum. Ich habe, glaube ich, alles nur Assists bekommen. Nein, Genji. Ich weiß nicht, was passiert. Wieso sind denn überhaupt so viele Divas? Ich hoffe, es sind nur insgesamt zwei. Okay. Kam mir mehr vor, weil... Die waren irgendwie permanent da. Okay, tschüss. Und jetzt... Nein, ich musste den Genji treffen. Nein. Ihr seid das geschafft. Ich wollte ihn aber töten. So ein Mist. Aber ich bin zweiter Platz mit Dumpf ist gewonnen und nur fünf Kills Unterschied. Das nehme ich doch sehr gerne hin. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr das getan habt, lasst doch eine Bewertung da. Lass doch ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.